Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und ja, unser Arena-Kampf steht hier noch auf. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen einfach mal hin. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin die Arena-Leiterin Hilde. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein. Und Arena-Leiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Stließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Und ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Irgendwas Wichtiges. Und wenn ich schon diese Pokémon sehe. Ah, ha, 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 ha. Oh Gott. Strauchler. Damit sind wir ja eigentlich ganz gut gefahren immer. Oh Gott, ist das langsam. Aber es haut Hariyama von den Socken. Was eigentlich auch logisch ist. Da Hariyama ja auch ziemlich frühe ist. Aber ich würde sagen, oh Gott. Was rede ich denn? Hier bleiben wir einfach mit Marilyn am Start. Und danach können wir ja auch Fliegen einwirken. Ja, ja, es ist nicht effektiv. Uuuuuh, stimmt ja. Wenn jetzt eine Feuerattacke kommt, na dann gute Nacht. Also bitte, 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 bitte. Gut. Gutes Seelibin. Dessen Farbe mich anfangs ziemlich verwundert hat. Oh Gott. Das ist doch auch ein Feuer-Pokémon mit Kampf und Feuer, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und Kritten. Eine Feuerattacke wäre nämlich nicht so gut. Und wer vielleicht meine Asylum-Challenge bei The Sims 4 verfolgt hat, der weiß, dass ich keine guten Erinnerungen an Feuer habe. Zumindest in Spielen. Und ein Lucario. Ich denke, das ist jetzt zu schaffen und wir holen uns den vierten Orden. Und dann suchen wir die Spielhalle. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Erstmal haben wir ja noch zwei Pokémon, die wir aus dem Weg räumen müssen. Oh Gott, nein. Dann hat Lucario uns einfach gequittet. Aha, Mist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja auch mal andere Pokémon, die wir einsetzen können. So ist es also nicht. Oh Gott. Knirscher. Oh Gott. Warte. Warte. Habe ich eigentlich sowas wie Belieber überhaupt eingepackt? Einen? Na super. Das heißt, wir brauchen diesen Belieber unbedingt für Mariline. Bleiben aber jetzt erstmal mit den anderen Pokémon im Spiel. Zumindest. So weit es geht. Arme ist Eros. So, Gregor, du darfst dran. Ob das gut ist? Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal. Und das tut auch nicht unbedingt viel abziehen. Und das ist jetzt auch nicht gut. Ah, dieses Knirscher. Okay. Ziegelkeks. Eigentlich ist es jetzt lachhaft wegen dem Level, aber ich muss Ziegelkeks einfach einsetzen. Deshalb, weil wir unser Ziegelbileinchen mit Kuchenmilch anschütten müssen. Also wir übergießen die jetzt kleine Kuchenmilch einfach nur ein bisschen Blut. Okay. Wartet. Was? Ha. Armes Ziegelkekschen. Aber wir haben immer noch Sven. Sven? Mach mal was. Okay. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Vielleicht. Oh, was? Oh, Hölle. Wieso ist Lucario so schnell? Oh, komm. Konfusstrahl wäre super. Wenn Lucario jetzt ein bisschen verwirrt ist, kann das nämlich nicht schaden. So. Vielleicht noch ein bisschen Zentkopfstoß dazu? Vielleicht. Sehr schön. Lucario hat sich selbst verletzt. Sven setzt Zentkopfstoß ein. Und noch einmal? Nein Hyperheiler. Na klar. Da war ja was. Das könnte ja auch so einfach sein. Okay. Gut. Ja, ich möchte mein Pokémon wechseln und zwar wieder auf Mareheil. Und ich hoffe, dass Strauchler jetzt das Übrige tut. Und Machu Mai bediegt. Also die Chancen dafür stehen ganz gut. Und ja, ich weiß, der Kampf ist noch nicht zu Ende, aber wir wagen erst. Weil Machu Mai dürfte eigentlich relativ schwer sein. Ich stecke hier wohl etwas in der Kleine, oder? Ja, das war's. Ja. 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 Okay. Okay. Du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Hier ist dein Orden. Juhu. Und wir haben den Berg Orden. Und ich muss mal ganz kurz ein bisschen basteln. Ups. Aber nicht damit, sondern... Ah. Okay. Wenn ich es jetzt richtig gemacht habe... Oh, verdammt. Ha. Falscher Orden. Ordner. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es denn? Oh Gott. Ich sehe gerade den Wald von lauter Bäumen nicht. Tada! Ist der Ort nicht schön? Aber ich muss dann nochmal ganz kurz gucken. Ja, ja. Wir können Fliegen einsetzen. Haben Viehorden. Level 50 Pokémon gehorchen mir. Und ja. Meine Uhr bimmelt schon wieder. Ist halt ein bisschen früher dran, als eigentlich geplant ist immer. Und ja. Was? Nein, bin ich hungrig. Hm? Was? Nein, ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man stark ist. Ich weiß auch nicht, was man tut, sondern um stark zu werden. Aber ich weiß, dass eine enge Bindung am Pokémon der erste Schlosser zu ist. Tschüss. Oh. Okay. Ich, äh. Hä? Ich bin hier weg. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja mal schnell schauen. Hä? Ich bin hier weg. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja mal schnell schauen. Richtig. 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 Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir lang müssen. Hä? Oh Mann. Ich habe keinen Bock, das nochmal durchmachen zu müssen. Mh. 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 Ha ha ha. So. Und weil es so schön ist. Bäm. Mach mal was, Glisanza. Kann man nämlich jetzt hier durch und... ähm... Toll. Da ist die sanierte Arena. Nee, Krafttrainer. Hier kann man nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Super. Ich will doch einfach bloß die Arena verlassen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ähm... Also ganz ehrlich, ich will einfach diese Arena raus. Ich fühle mich gerade wie in einem Labyrinth. Ich meine, ich kann auch an diese Uhrzeit denken und... Aber hm... Ich fühle mich wirklich wie in so einem Labyrinth. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nee. Dieser blöde Typ steht im Weg. Oh Gott, dankeschön. Ja, sagt nichts. Es sagt einfach nichts. Und oh, da ist Lucius. Hey Elsa. Hör mal. Ich brauche deine Hilfe. Aha. Diese Typen von Team Galactic haben sich meinen Pokedex geschnappt. Jetzt rücken sie ihn nicht mehr heraus. Kannst du mir nicht helfen? Ich warte vor den Lagerräumen von Team Galactic auf dich. Bitte komm. Okay, das werden wir aber nicht in diesem Part. Und als nächstes... Okay, wir sind doch eher in dieser Spielhalle gelandet. Na gut. Dann wollen wir mal ein bisschen spielen. Yay! Willkommen in der Spielhalle. Machst du Münzen? Was macht denn? Ja. 50 Münzen. Das ist mir ein bisschen zu happig. Ich... Ich sag mal... So. Und wir machen die 200 noch voll. Und ich denke, das reicht. Oh Gott sei Dank. Jetzt hätte ich aus Versehen was gekauft. Und ich weiß nicht... Manchmal, ich kann mich erinnern, bei den ersten Spielgenerationen, bei Rot, Blau und Gelb und dann Silber, Gold und Kristall habe ich immer die Spiele... ...Dinger gewechselt gerne. Einfach weil ich den Glauben hatte, dass dann vielleicht die Chancen ein bisschen... anders sind. Anders sind. Okay. Nice. Äh... Was? Ähm... Wie bitte? Warum haben wir jetzt eigentlich uns von unserem hart erkämpften Geld... Ja, schön. Warum haben wir von unserem hart erkämpften Geld eigentlich jetzt... ... 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 Habe ich auch gerade gemerkt. Ähm... ... 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 Es gibt einen sehr guten Grund dafür, hier möglichst viele Münzen zu sammeln! Nebenan kannst du nämlich deine Münzen gegen technische Maschinen eintauschen! Schön, und? Bist du ein Trainer? Ja. Hast du die Arena-Leiterin besiegt? Ja. Sie ist nämlich meine Tochter und ganz schön stark. Dankeschön. Na, na. Haben sie hier Sendeschluss? Ich bin gerade so leicht. Heute bin ich überglücklich. Du da. Ich muss mir dir ein paar Münzen schenken. Hier. Dankeschön. Kann ich jetzt endlich mal die Dinger benutzen? Ich bin was? Nein. Böööö. Ähm. Ja, den hatten wir ja. Das war jetzt der Vater von dieser Tante da. Aha. Ja, klar. Lampf ablassen. Schön. Wir können immer noch nicht. Ich habe gerade die leichte Befürchtung, dass wir eventuell doch leider erst spielen können, sobald wir in diesem Team Galactic-Ding waren. Mist. Oder wir können gar nicht spielen. Das kann auch sein. Aber wir können ja trotzdem wenigstens mal schauen, was wir für die Münzen bekommen könnten. Willkommen. Hier kannst du deine Münzen gegen Bremsen tauschen. Oh, Wahnsinn. Es gibt Seidenschall, Großlinse, Zusinse, Metronom, ganz viele schöne TMs und nein, danke. Kraftreserve. Was hat Marilin für eine Kraftreserve? Käfer. Ich glaube, das hatte ich schon mal den Typen gefragt. Kann das sein? Ich habe nämlich so ein klitzekleines Deja Vu im Kopf. Aber nichtsdestotrotz, wir steuern dann einfach mal dieses wunderschöne Pokémon Center hier an. Dann können wir halt leider doch noch nicht so rumspielen, wie ich dachte in dieser Spielhalle. Ist aber nicht sonderlich schlimm. Wir heilen jetzt erstmal die Pokémon. Und dann sowas wie die Leber wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ehe wir in dieses Versteck da gehen. Anscheinend müssen wir das doch noch erledigen, ehe wir da das hier ausprobieren können. Oder es ist wirklich so geplant. und das kann natürlich auch sein. Salut, Trainer. Die haben die Pokémon? Also, für die, die kein Französisch hatten, ich übersetze mal. Hallo, Trainer. Magst du Pokémon? Ja. Du auch. Das ist ja genial. Ich ebenso. Wir sind genial. Und nein, ich spreche Französisch nicht fließend. Ich kann zwar Französisch sprechen, so ein bisschen, aber Englisch ist doch so mehr meins. Also, Englisch kann ich plappern wie Buch, so wie im Deutschen auch, wenn mir ein Wort fehlt. Kann ich dann wenigstens umschreiben, aber im Französisch kann ich mir wenigstens, naja, sagen wir es mal so, ein Croissant kaufen gehen. Und so ein bisschen was, die Grundlagen kenne ich auch. So. Und ich bin gerade irgendwie so doof, Kaufhaus zu finden. Hallo? Hm. Hm. Ich wollte doch bloß ein Belieber. Belieber! Aber ich sehe gerade nicht den Wald vor lauter wollen nicht abgenommen. Das ist ja dieses komische Kaufhaus. Genau, das sieht ja hier ein bisschen anders aus. Äh, Kaufhaus von Schlaede. Da, 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 da. Ich glaube, das hier ist dieses normale Marktzeug. Ja, ist es. Briefe brauchen wir nicht. Tschüss. Wir brauchen Belieber. Genau. Das heißt, ich hack mal gerne vier Stück. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt auf der Sicherungseite. Ähm, naja, gut. Wir können ja für alle Fälle noch hütenen Aufwecker kaufen. Wer weiß, wann die es brauchen. Damit haben wir auch nur noch 14 Pokedollar. Und ja, ich steuere mal so ganz, ganz dezent dieses Team Galactic Versteck an. Wenn ich nicht wiedergehe, Oh, Item, 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 kommt ich nicht hoch. Na gut. Egal. So. Da ist Lucius. Aber ehe der uns jetzt weiter anspricht, würde ich sagen, wir beenden diesen Part. Ich danke euch, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder da. Und ja, danke fürs reinschalten. Ciao.